Das muss ein Missverständnis sein. Sie verwechseln mich. Er darf nicht entkommen. Privatdetektiv Blaze Ryback hat gerade einen neuen Fall übernommen. Für wen arbeitest du? Mein Name ist Emma Russell. Es hörte sich nach leicht verdientem Geld an. Mein Bruder ist verschwunden. Blaze Ryback lässt sich durch nichts aufhalten. Flugschule Roussel. Früherer Besitzer Kenneth James Roussel. Wird vermisst, ist vermutlich tot. Was bedeutet das? Ich hab keine Ahnung. Sie verheimlichen mir etwas. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Das FBI hat rausgefunden, dass Sie dort rumschnüffeln. Ich werde Sie töten. Die wollen, dass Sie sofort damit aufhören. Weshalb interessiert sich das FBI für das Verschwinden Ihres Bruders? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Skysurfing? Was soll das sein? Ein Frachtflugzeug des FBI hat auf einem außerplanmäßigen Flug unerwartete Schwierigkeiten bekommen. Ich muss wissen, wer dahinter steckt. Es gab einen Überfall in der Luft durch Fallschirmspringer. Sie kamen mit einem Leichtflugzeug und genau das fehlt jetzt in der Flugschule. Wen sollte ich nun wirklich finden, Emma? War es Ihr Bruder? Emma Roussel ist nicht die, für die Sie sie halten. Du darfst nie jemandem vertrauen. Das haben Sie von Anfang an zu geplant. Dieser Fall entwickelt sich in eine völlig unerwartete Richtung. Er hat Blaze Ryback in seinen Bann gezogen. Und nun gibt es für ihn kein Zurück mehr. Sie werden sich noch mal die Finger verbrennen. Ich will dich tot sehen. Schafft ihn weg. Lass uns das Geld nehmen und gemeinsam verschwinden. Wenn Sie mir noch einmal unter die Augen kommen, lasse ich Sie fallen. Tief fallen. Lass uns das Geld nehmen.